und herzlich willkommen zu einer neuen runde rocket leech heute mit herakles wollen wir doch mal schauen was wir heute schaffen können faduran schade voran 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 schade ich habe kein bus und kommen da nicht hinterher ich habe es nicht Naja, das war ja gut gespielt, ne? Er spielt da den Ball für seinen Teammate und der trifft dann. Du fährst? Ja. Ich fahr ran. Ach, shit. Oh wow, todesmäßig in die Mitte gespielt. Du fährst? Ja. 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 Achso. Na schön. Schade. Jetzt komm, 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 komm. Ich komm nicht. Bitter. Bitter, bitter. Auf Kreuz. Ach. Ich was? Oh, wow. Oh. Bless. Ich bin gleich hier. war schon ein ordner du fest sehr schön sehr schön schade das war die erste runde woran hat es gelegen sorry mein fehler zu spät reagiert nein ich verstehe heute eigentlich das war die tüte da Ich mache ein Tor. Du fährst? Ich mache ein Tor. Ja. Na gut, wenn du direkt vorm Ball gesprungen wärst, hättest du es vielleicht geschafft. Du fährst. Du fährst. Du fährst. Ja. Du fährst. 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 Erste Samstag im Monat. Ist gerade 12 Uhr. Ah, zu doll. Voran, 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 voran. Nein. Sehr schön. Ja, ich habe mir noch eine Vorlage abgestaubt. Da. Pong, nochmal ranfahren. Ich fahr. Habe ich. Oh, das ist ein Engelgerissen. Ist noch da vorne? Schuss. Jawoll. Du hast drei Tore und nur 10 Punkte mehr wie ich. Dich. Ich werde mir nicht mehr wie ich warst. Ich werde mir nicht mehr wie ich wusste. Ich werde mich nur wieder berühren. Ich werde mich besser. Ja, du hast mich selber. Ich werde mich nicht mehr zu verfl verschiedenen Rasen например. Ich werde mich verflogen. Ich werde mich einfach FIRν. schade schade ja ich kenne das ja 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 Oh Mann! Ah, schade, den hat er gut gespielt, das wird ein Tor. Ja, komm ich rein. Ja, 15 Sekunden schafft er jetzt ohne Gegend, oder? Ah! Ich hoffe, es vergesst uns. Nächste, wir wissen, wie letztens, nur noch zwei Spiele und dann in der letzten Sekunde... Ja... Du fährst. Ja, jopp. Ja... 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 Ja, weil du... ... wahrscheinlich vorher verloren hast... Ja, aber ja... Will ich nicht mehr Ranks? Ja, scheinbar. Nee, ist nicht komisch, wenn die gerade ihre Ranks Spiele machen und jetzt gerade die Silberstufe durchlaufen, dann ist das normal. Oder Silber-Bronze-Stufe, das ist ja eher... Ja... 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 NEIIIN! Oah nein, der Durk級 in Geist. NEIN! Ich hab ihn einfach doppelt an die Wand gedrückt und beim zweiten Mal hat er die... Phase aufgenommen, dass er Richtung Tor geht. Überhaupt klar, was ist reingegangen? alles klar alles klar Echt? Nope, geht nicht. wenn du den Ball triffst dann nicht ich fahr wow so unlucky für uns oh ich bin verstört worden ja 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Unlucky, Alter. Unlucky für die gewesen. Hätte ich ihn nämlich fast reingemacht. Ja, liebe Leute, das war eine weitere Runde Rocket Leach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.